hallo wie geht's wie steht's ich glaube ich habe euch verwechselt ah da sind meine jungs sorry jetzt kann ich ja noch mal fragen wollt ihr zitronen kaufen nein danke ich hab schon richtig zu sehen ronnie frank hat mich auch schon angerufen ich glaube der will mit uns abhängen also opi ist ja gar nicht dabei ihr wart ihr alle gar nicht dabei ja wir haben gestern typen kennengelernt hat uns sogar ein bisschen geld geschenkt und so und da kann auch mit uns ich glaube ich einige staaten dass der eine machen ja nun schon mal gespannt ja luft doch mal der flank an wo wo soll ich ihn hin holen weiß ich nicht ich hab den ziel wie ich sehe ja kurz so abschlepphof abschlepphof dann versuche ich ihn da hin zu holen da ruhig immer kurz an okay wir warten die leiz auf du einfach in auto klaus das klein ist verbrecher du musst rg muskel benutzen aber benutzen ist doch ein schöner auto bei mir hat es nicht geklappt sprechen kannst du mich kurz zum laden fahren ich brauche cash für mein auto einfach hier hat man ja dann muss ich dann nochmal hin und mein auto dann abholen und ich glaube ich müsste auch mein mit dem motorrad abholen Fick dich lonnie hey lonnie sag mal bitte zu den einen er soll einsteigen mit deiner stimme hey hey süßer komm mal an hier willst du dir ein paar scheine dazu verdienen oder hast du den händen okay te guys fühlern die mei die 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 Ah, Digga. Hoppä. Wir sind auch frisch. Frank, willst du das? Ich weiß nicht, ob das Frank ist. Ne, ist jetzt keiner drinnen. Bronco, Frank wollte zu uns kommen. Ich warte noch auf ihn hier kurz. Yo, Frank? Bist du Frank? Mann, die sehen alle gleich aus. Ich erkenne keinen, keinen Typ mehr. Frank, bist du's? Hallo, was habt ihr gesagt? Ich hab's nicht mitbekommen. Ich hab mich gerade unterhalten. Schade. Wer ist Frank? Ein Typ, auf den ich warte. Der ist da bestimmt. Es sieht irgendwie alle ähnlich aus. Ja, das ist Frank. Frank ist da. Vielleicht kann er mich da. Okay, denn, äh, sorry, und schönen Tag. Oha. Hast du ein Auto oder fang ich mal ein? Äh, denn mit deinem und da hinten fahren grad, also dem müssten wir hinterher da hinten. Lonnie ist tot. Okay. Ja, fahrt ihr mal zum Krankenhaus, wir fahren kurz zu seinem Apartment noch was holen und kommen dann auch gleich hin. Ja. Habt ihr Ronnie bei? Ja, du fungst, gell? Äh, ja, ja. Dann kannst du anfangen. Oh, der eine von uns wurde abgeknallt, weil der von so Mafiosi das goldene Auto geklaut hatte. Und das ist schlau. Jaaaa, oh Gott, oh Gott. Hast du eigentlich gesehen, dass ich das Auto umlockiert hab? Äh, ja, aber ich wusste gar nicht, dass es deins ist. Also alles so komisch. Ey, ist natürlich nix im Kofferraum, Alter. Und nein, wieso das? Ich weiß es nicht. Ach so. Äh, meine Typen waren vorhin dran. Aber ich weiß nicht, die, also gefühlt wollten die nur einsteigen. Ich weiß nicht, ob die hinten dran waren. Schau mal, ob der jemand, äh, Marionas da mit rausgenommen hat. Wuhuuu. Daddy! Daddy! Hallo. Hallo, hallo. High five. Wie geht's? Was geht's? Ja, ja, man, alles wird. Ich bin schon einmal gestorben heute. Was? Und jetzt bin ich wieder unter den Lebenden. Ja, da vorne, da vorne wurde ich gebockt, weil ich jemandem eine Rose verkaufen wollte. Aber ich guck mal, was mein Wagner hat. Er hat einfach, er hat mir einfach beim Sterben zugeguckt und hat nichts getan. Wir hatten das gestern oft genug. Hast du nicht rausgelernt? Ja, du musst deine Geschäfts-Things ändern. Ja, ich hab versucht umzustellen auf Teddybären, die will aber auch keine haben. Ja, setz dir doch mal ein Hütchen auf. Warum? Ich weiß nicht, kommt vielleicht höflich an. Ich weiß nicht. Nein, meine wunderschönen Haare brauchen Sonnenlicht, damit sie immer weiter sprießen. Ey, hat jemand von euch eventuell mal Marihuanas da aus dem Koffer rum? Ja, Chris, hattest du... Ich hab's gemacht. Ich hab's gemacht. Hattest du nicht mehr wieder gehen vielleicht? Irgendeiner war in so einem blauen Auto? Ich war mir nicht sicher. Äh... Ich hab's mit dem Auge gehen, oder? Ich hab's mit dem Auge gehen, oder? Ich hab's mit dem Auge gehen, oder? Ich hab's mit dem Auge gehen. Einfach von Flank geklaut, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Richtig. Asozial. Nur um sein Bier zu finanzieren. Asoziales Pack. Yay, da ist Ossi Osborne! Hey, rede mal, Mann. Da ist der wahre Ossi Osborne! Uh, uh. Wer ist Ossi Osborne, Mann? Der im Auto. Yeah, 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 yeah. Ich will gern klatschen. Wuhu. Also, Flank, wir gleich zur Sache. Wie macht man hier schnell Geld? Äh... Oh, wow. Das ist eine Beantforderung. Ja, Herren. Wow. Der Staat gibt mir nur 750, und die Ausgaben sind leider zu viel. Ja. Ich gehöre nur 750. Wir kriegen alle nur 750. Aber... Wie viel bekommt man denn bei einer Laub? Kann man das eine Sage? Ja. Ist doch egal. Nee. Du kannst ja, du kommst, bro. Ja, aber normal, wenn du... Was wollten wir machen jetzt? Aus dem Laden des Geld holst. Wie viel kriegt man denn da? Also, mit 8 Mann Kiosk wird schwierig. Ja, ich glaube ich. 8 Mann Bank dann, oder? Also, die Frage ist, wie viel Geisel nehmen wir denn? Also, ich habe mich ja schon mal geopfert hier als Geisel. Ich wünsche mir viel. Ich wünsche mir viel. Ich wünsche mir viel. Ich wünsche mir viel. Wir haben ja nur vier mit Waffe, glaube ich, oder? Ja, dann hat sich die Frage geprägt. Aber für einen Bankraub brauchen wir eine Langwaffe. Oh, nee. Doch. Also, ja? Ist das so? Ja, okay. Für Bankraub war das nicht. Okay, ja, ja, okay. Wir sollten vorher abklären, dass wir in den Knast kommen, schuldet ihm alle mindestens 10.000. Das sollten wir vorher vertraglich noch festhalten. Was haltet ihr davon? Wir machen so. Wir machen, dass wir an den Knast kommen. Gib dir eine Mille, wenn du es nicht mit den Nice-Bandus. Kannst du mir eine Mille geben, wenn ich schaffe, bevor ich noch rauskomme? Hey, wer ist das denn? Trauern Sie hier? Geh chillen hier, was wolle ich? Ich hab die schon mal gesehen. Achso, ich hab sie trauern hier um irgendeine verstrauene Person. Ja, ja, ja. Du hast keine Hose an. Wir trauen um deine Hose. Oh, was Gott. Okay, Leute, wir machen das jetzt. Okay, komm jetzt mal anfangen. Ja, nein, warte, hörst du. Hörst du. Kann man dir noch helfen? Kann man dir noch helfen oder ist einfach rumgekommen? Nee, ich bin einfach einfach etwas zu tun. Ja, wir haben was zu tun. Ich will dich höflich bitten, dann auch einfach wieder zu gehen. Okay. Der alte Mann hat auch die Hose ausgezogen. Oh, ha, 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 ha. Oh, ha, 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 ha. Leute, das war nur... Nein, nein.